Unser erstes Weihnachten zu dritt. Seit vier Monaten strahlt Anna Adamian, 27, im Glück des Mutterseins. Gemeinsam mit Ehemann Sages Adamian, 30, dürfte sie im August ihren kleinen Sonnenschen Levi willkommen heißen. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin lässt keinen Moment ihres Wunders ungenutzt so auch nicht dieses besondere Weihnachtsfest. In einem herzerwärmenden Instagram-Post teilt die 27-Jährige einen süßen Schnappschuss ihrer kleinen Familie vor einem festlich geschmückten Christbaum. Dieses Jahr feiert die Adamian-Familie erstmals zu dritt das Fest der Liebe in Dubai. Frohe Weihnachten von Familie Adamian, verkündet das Model stolz und verziert den Beitrag mit einem Familien-Emoji und einem funkelnden Stern-Emoji. Für die frischgebackenen Eltern ist dieses gemeinsame Weihnachten der könnende Abschluss eines turbulenten Jahres. Nach einigen Rückschlägen und schweren Momenten dürften sie im August endlich ihr lang ersehntes Regenbogenkind in den Armen halten. Anna teilte vor kurzem auf Instagram die bewegende Geschichte ihrer Geburt, die trotz aller Herausforderungen mit Liebe und Glück gefüllt war. Lasst uns gemeinsam diese magischen Momente mit Familie Adamian feiern und ihnen ein strahlendes erstes Weihnachten zu dritt wünschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.